Wenn ich Glück habe, warten unsere Leute am Außenposten in der verlassenen Kirche auf mich. Ich werde ihnen alles sagen, was ich über Pavel weiß, über irgendeinen Test, den sie durchführen wollen. Und ich werde meinen Weg zu Oktyabrskaya fortsetzen. Der Schwarze ist dort. Und da sind wir auch schon wieder. Schön im Lederdress. Da bin ich mal gespannt, wo jetzt die Reise hingeht. Er braucht natürlich nichts. Ja, nee, ist klar. Könnte ja zu einfach sein. Da ist eine motorisierte Windenfähre. Sie braucht Treibstoff. Im Flugzeug oder im Lager der Tankstelle solltest du etwas finden können. Bleib aus dem Wasser raus, wenn du leben möchtest. Danke für den Tipp. Tja, das war's. Viel Glück, Artyom. Ja, und dann haut er wieder ab. Anstatt mal hier oben zu bleiben. Als Deckel zu. Oh mein Gott. So, das ist schon mal volle Pulle. Äh, ne. So, dann gehen wir mal da hinten hin. Wo? So, jetzt kommt doll. Was ist das denn für Viecher? Komm, ich rast einfach aus hier. Komm, scheißegal. Ja, ja, kommt alle her. Komm, ich rast auch wieder. Oh Kommt in die Schüsse her Siegen gleich Leichen Wenn die hier rausgehen stehen wahrscheinlich 10 Meter vor mir Was ist das für Wittdinger Was ist das für Wittdinger? Was ist das für Wittdinger? Was ist das für Wittdinger? Ah, Suchwunstück versteckt Ja, schön im Sumpf Was ist das für Wittdinger? Was ist das für Wittdinger? Das war's für heute. So, und dann schnell wieder rein. Das ist nicht so ein ekliges Vieh. Uah! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, da sind noch mehr. Oh, komm, 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 komm. Schön, guter hat wirklich schon. Oh, da sind wir. Oh, da sind wir. Oh, da sind wir. Wir sind immer gut hier. Ja, genau. Nix, 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 nix. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Ah. Ah, gleich hab ich ein Problem hier, das weiß ich jetzt schon. Muss ich machen. Muss ich, eiskalt muss ich das machen. Ja, 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 nein, ja, nein. Umdrehen, umdrehen. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. So, holen muss ich jetzt. Irgendwo die Richtung. Oh, ihr seid so eklig, ihr seid alle so eklig. Oh, ihr seid so eklig. So, jetzt nicht erschrecken. Hier kommt wahrscheinlich wieder irgendwie was. Was haben wir hier? Was haben wir da? Aber nichts nehmen. Da ist nichts. Gut. Ja, da. Das sieht nach Benzin aus. Ja, leer. Hinten der allerkleinste. Der wird's sein. Ja, der. Ja, da ist ein Liter drin. Den kannst du nehmen. Oh. Oh. Äh, ich renne hier einfach durch. Ja, ja. Guck mal hinterher. So, das wechselt. Das drauf. Das rein. Das Knöpfchen. Dann machen wir uns mal um hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was going on? Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Cabernopläden. Bis zum nächsten Mal. Du kommst da. Tschüss. Mendchod Katherine. Was? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Gott sei Dank mir Mühe. Lärm, während ich mich durch den Sumpf kämpfte. Wenn in der Kirche wirklich unsere Leute sein sollten, werde ich sie bald treffen. Ach du Scheiße. Lärm, ich wiederhole. Wenn du mich hörst, dann gehst du zur Kirche. Ach du, wenn du mich hörst. Anna hier. Ich wiederhole. Anna hier. Wir warten auf dich in der Kirche. Wiederhole. Ach du, Anna hier. Wir warten auf dich. Am Kirchen aufzuposten. Wenn du mich hörst, dann kommt schnell zur Kirche. Ah, und dahinter ist jetzt ein Elefant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm, hört mir doch auf mit dieser Scheiße hier. Oh, oh, oh. Weil ihr seid so eklig, alle. Ihr seid alle so eklig. Ja, nicht eine Gasmaske am Lagerfeuer. Ja, schön. Ich weiß gleich, wo ich hier hinlaufen muss. Da bist du, du drückiges Schuss. Scheiße, ich bin hier einfach durch. Das ist nicht mal. Das ist nicht mal. Da kommt, pick dich. Wo seid ihr alle? Nein, daneben. Das ist nicht mal. 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 Warte, MEINE GUST, NEY Und das war's jetzt, oder was? Nein, 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 nein! Ach komm, die ist schon wieder in diesem Scheißwasser Was ist das für Scheiß hier, wo muss ich? Ich muss genau da durch! fff! Pff! ... ... ... ... Ich wollte gerade sagen, das geht doch nicht gut. Warum? Weil es immer so ist. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Dritte, gebt mir Deckung. Ich habe ein Affe hier rum. Er war schon die Mauer kaputt. Ich bin mir die Liegeseite. Verdammte Monster. Hände den Großen. Wille, wille. Bierste, Utele 6. Ha, hab einen. Hände den Großen. Da! Herkunft in Wasser, ich brauche den Gettel. Noch eine. Aber bitte, der Lied. Bruder! Ich bin nicht mehr. Gott, verdammt. Rippen, zu den Ereignen! Boteen! Ich habe ihn verletzt! Erkommt auf den Barschern! Ich brauche unter Gretzung! Kürbete! Ich bin alle bei Augen auf! Da kommst du nicht durch! Boteen! Direkt da! Darum würde ich jetzt gerne... ...das dem genau Ne? Ne? Das Wir kommen! Macht sie galt! Scheiße! Ist das an der Oberfläche immer so? Ach, ich spring einfach mal ins Wasser. Ach komm, hör auf! Da überlebe ich alles! Oh, das darfst du keinem erzählen, das darfst du keinem erzählen. Das überlebe ich alles und dann fliege ich da ins Wasser. Komm, 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 komm. Scheiße! Ist das an der Oberfläche immer so? So. Das erste Mal, dass ich so einen Riesen gesehen habe. Da bitte! Verdammt! Du bist eine Einwandarmee! Ich komm! Komm schon rein! Scheint nicht zu sehen! Komm rein! Hier ist es sicher! Na los, komm rein! Ja, dann komm rein da! Ich hatte dich im Visier, als du noch weit draußen warst. Hätte dich auch fast erschossen. Das sollte dich lernen, Funkrufe zu beantworten. Aber ich... Ich hab gespürt, dass du es bist. Ich hoffe, du verzeihst mir die Sache mit dem botanischen Garten. Aus irgendeinem Grund war ich wirklich froh, Anna zu sehen. Meine Kratzbüste. Sie hat sich auch noch verliebt. Sie hat endlich mit den fiesen Scherzen aufgehört. Vielleicht schämt sie sich dafür, ihren Partner auf dem Schlachtfeld allein gelassen zu haben. Das wird es wahrscheinlich sein. Oder nicht? Ich habe dich vorher nicht ernst genommen. Aber Hunter, er hat von Anfang an an dich geglaubt. Ich habe Zeit dafür gebraucht. Ich habe es nicht verstanden, bis ich dich in Aktion gesehen habe. Und ich hätte dich fast umgebracht. Du machst es mir nicht leichter. Du hast da dein Scharfschützengewehr eben hinterm. Ich höre jetzt erstmal auf. Geh weiter und mach dich bereit. Die Jungs kommen bald und wir gehen alle zur Oktyabriskaya. Nice. Ein gebärfreudiges Becken. Ein bisschen romantische Musik. Das Licht aus. Ich kann auch Gitarre spielen, wenn du möchtest. Ne, nicht an. Komm schon. Ach, dann nicht. Aber sag nicht, ich werde nicht romantisch. Ein reisender Waffenhändler hat hier übernachtet. Du könntest also einen Blick auf seine Ware werfen. Ich bleibe noch bis morgen. Wenn du also was beraust, dann komm zu mir. Und wo sich... Ja. Ja. Geh in mehreren Zeiten zu überleben und kauf ein paar Waffen. Sollte innerhalb der nächsten Stunde hier sein. Sehr gut. Oh, nicht scheißegal. Was gibt es Neues per Funk? Wie ist die internationale... Warst du schon mal in die Katakombe? Es ist unglaublich. Nur einmal. Seit zehn Jahren nichts als Rapschen. Unsere Kunde. Keine Ahnung, wie alt die sein könnten. Die haben sogar die Atombomben überlebt. Ein paar Leute von der Kirche haben sich darin während des Krieges versteckt. Aber sie sind einfach... ...verschwunden. Könnten in die Hauptmetroton... So, kommen wir jetzt mal raus hier. Naja, die Leute erzählen so manches. Weißt du? Du meinst die dicke Mama? Wo könnte das sein? Wow, sind unsere Jungs schnell. Pass gut auf. Nur für den Fall. Passwort. Straßensperre. Das ist ein alter. Verzähl diese Stimme. Scheiße, ich komm nicht drauf. Moment. Geh weg von der Tür. Könnte es Lesnicki sein. Nein. Mann, 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 Mann. Du elender Verräter. Anna. Was für eine Überraschung. Ich bin kein Verräter. Ich war von Anfang an nicht auf deiner Seite. Nein. Ich bin kein Verräter. Nein. Geh weg. Die Kirche hat mich gerettet. Komm, was hier ist. Hier ist nichts mehr. Oh, hier brennt's. Der Verräter. Da hat er unsere Uniform. Die armen Arme. Seh diese Gerne runter. A-N-N-A Was ist das denn hier? Oh mein Gott, hier sind die Grenade mit den Säulen Auch nicht runter Das ist mal wieder ein Geschwindigkeitsrausch Was war der denn hier? Oh mein Gott, seid ihr bescheuert? Oh mein Gott, seid ihr bescheuert? Ist doch nix hier zu suchen, in dem Bunker. So. Ah, jetzt geht die Lampe wieder. Ja, nee, ist klar. So. 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 Hoch kannst du nicht. Ja, nee, ist klar. So. Ja, so. Es ist auch hier schon gar nichts mehr. Ja, viel dürfen von denen nicht mehr kommen. Ah, da muss ich sogar durch. Nice. Ja, halte E gedrückt. Habe ich gemacht. Ja, halte Eindrücke. Wo die Schüsse herkommen, das gucke ich mir morgen an.